Unser heutiges Tutorial zeigt die Benutzung der Anwendung Mail für Administratoren. Wir erklären, wie Sie als Admin im Stylight Mail Hosting Einstellungen für einen Nutzer vornehmen, wie Sie mit jedem Server ein Mailkonto für mehrere Benutzer anlegen, wie ein Mailprofil für alle Nutzer erstellt wird und wie ein reines Postausgangskonto eingerichtet werden kann. In Teil 1 zeigen wir die Einstellungen für einen Nutzer. Hierzu klicke ich links auf Admin und dann auf Benutzerkonten. Hier öffne ich mit einem Rechtsklick das Kontextmenü und damit das E-Mailkonto. Im oberen Bereich wähle ich den gewünschten Account aus. Über Identität und Signatur kann ich zum Beispiel eine zusätzliche Identität anlegen oder die Signatur ändern. Eine zusätzliche Mailadresse für das Senden und Empfangen von Mails legen Sie hier an. Benötigt ein Mitarbeiter zum Beispiel eine andere Schreibweise seines Namens in der Adresse, geben Sie diese einfach unter zusätzliche E-Mailadresse ein. Außerdem können Sie als Admin hier eine Weiterleitung einrichten. Ein Mitarbeiter hat zum Beispiel eine Adresse, die er selten benutzt und möchte deshalb seine Mails lieber an ein anderes Postfach geschickt bekommen. Tragen Sie die Adresse, an die alle Mails weitergeleitet werden sollen, im Feld E-Mails weiterleiten an ein. Die Mails an alle oben genannten Postfächer werden nun automatisch an dieses Konto geschickt. In unserem Fall wäre das NicoleOster at gmail.de. Achtung, wenn Sie den Haken an dieser Stelle setzen, werden die Mails nur noch weitergeleitet. Das andere Konto, in diesem Fall NicoleOster at demo.eqware.de, wird dem Nutzer dann im E-Mail-Modul nicht mehr angezeigt. Eine weitere praktische Option ist die Ordnerfreigabe. Ist zum Beispiel ein Mitarbeiter länger krank und ein Kollege soll Zugriff auf dessen Mails erhalten, geben Sie einfach die Inbox des Mitarbeiters für seinen Kollegen frei. Ist ein Mitarbeiter in Urlaub, können Sie hier eine Abwesenheitsnotiz erstellen. Sie geben im unteren Bereich den jeweiligen Text ein und aktivieren die Notiz oben links. In Teil 2 legen wir ein gemeinsames Mail-Konto für mehrere Nutzer an. Praktisches Beispiel hierfür wäre eine gemeinsame Info- oder Office-Adresse. Sie klicken wieder auf Admin, dann auf Benutzerkonten und öffnen das Kontextmenü. Hier nutzen Sie den Wizard, um das Mail-Konto einzubinden. Sie tragen den Benutzernamen und das Passwort ein und Ihre Angaben werden überprüft. Der Office-Account ist jetzt eingerichtet. Jetzt wollen Sie den Account einer bestimmten Gruppe zur Verfügung stellen. In unserem Fall nehmen wir die Gruppe Marketing. Damit nur Sie als Admin Änderungen am gemeinsamen Konto vornehmen können, achten Sie darauf, diese Option zu deaktivieren. Alle Mitglieder der Gruppe Marketing haben nun Zugriff auf den neuen Office-Account und sehen ihn automatisch in Ihrem Postfach. Wenn ich mich jetzt als ein Benutzer dieser Gruppe anmelde, wird mir die neue Adresse mit allen Inhalten direkt angezeigt. In Teil 3 legen wir ein verwaltetes Mail-Profil für alle Nutzer an. Hierzu melde ich mich wieder als Admin an. Im Kontextmenü dann wieder E-Mail-Konto wählen und über den Wizard einen neuen Account anlegen. Sie können dem Account eine eigene Bezeichnung geben. Den neuen Account weise ich in diesem Fall allen Anwendern zu. Unter Posteingang-Server sehen wir verschiedene Typen von Mail-Servern. Bei Ihnen kann das zum Beispiel Stylight Mail-Hosting sein oder ein anderer Mail-Server. Im Zweifelsfall ist es IMAP. In unserem Beispiel wählen wir den DAF-Code-Server aus. Unter Anmelden lege ich fest, wie sich die Benutzernamen und Passwörter zusammensetzen sollen, mit denen sich die Mitarbeiter später anmelden. Ich wähle hier Username und Domain-Name, aber Sie können sich natürlich auch für eine andere Kombination entscheiden. Ganz unten können Sie einen administrativen Benutzer eintragen, der administrative Funktionen ausführen darf. Unter Postausgang-Server legen Sie fest, mit welchem Schema auf dem Mail-Server zugegriffen wird. In unserem Beispiel hier ist es SQL. Bei Authentifizierung setze ich einen Haken. Mit diesem verwalteten Profil werden dann automatisch neue Benutzer und deren Mail-Konten angelegt. Achten Sie darauf, im verwalteten Profil keine Namen einzutragen und keine persönlichen Signaturen, da diese für alle Nutzer übernommen werden. Wenn Sie etwas eintragen möchten, nutzen Sie unsere Platzhalter. Die Liste der Platzhalter öffnen Sie über das Fragezeichen-Symbol. Geben Sie für die Signatur beispielsweise den Namen der Firma an und dann den Platzhalter für den Namen des Mitarbeiters. Möchten Sie als Admin Ihre persönlichen Daten anpassen, achten Sie darauf, dass Sie in Ihrem persönlichen Profil arbeiten und nicht im verwalteten Profil. Ein anderer Tipp von uns, den oberen Haken bei Anwender darf dieses Konto bearbeiten nicht setzen. Im unteren Bereich hingegen setze ich den Haken, um den Benutzern zu erlauben, sich selbst weitere Identitäten zu erstellen. In unserem letzten Beispielfall legen wir ein reines Postausgangskonto an. So stellen wir sicher, dass zum Beispiel unser eGroupware-Kalender jederzeit Benachrichtigungen und Alarme verschicken kann. Dies soll auch funktionieren, wenn kein Benutzer angemeldet ist oder wenn es zum Beispiel gar kein allgemeines Mail-Profil gibt. Ich nutze dazu wieder den Wizard, lasse allerdings die Schritte 2 und 3 zum Thema IMAP aus, da ich ja nur den Postausgangsserver festlegen will. Ist das Konto erstellt, bekommt es wieder einen eigenen Namen, damit wir es direkt von den anderen unterscheiden. Das Konto weise ich allen Anwendern zu. Unter SMTP können Sie die Einstellung zum Postausgang nochmal kontrollieren. Öffne ich jetzt die Accounts unserer Demo-Benutzerin, wird der Account auch hier angezeigt. Über das SMTP-Konto können ab sofort Benachrichtigungen verschickt werden. Unser heutiges Tutorial ist damit beendet und Sie haben gesehen, wie Sie als Admin Weiterleitungen anlegen, ein Mail-Konto für mehrere Mitarbeiter erstellen und wie Sie ein verwaltetes Profil einrichten. Untertitelung des ZDF, 2020